Guten Morgen liebe Gartl und Werkel-Fans. Heute ist wieder ein Tag am zweiten Garten hier drinnen. Ich habe einige Fahne mitgebracht, die werden wir ins Unterholz einbauen. Ein bisschen werden wir Landschaftspflege betreiben. Ich muss einige Pflanzen, die erst jetzt zum Wachsen anfangen, ausschneiden. Die Komposter sollte ich auch noch fertig machen und außerdem werden wir in der nächsten Zeit noch zwei, drei Nussbäume einstellen. Die habe ich gestern zufällig organisiert und für die blühende Hecken werden wir auch noch etwas machen. Da pflanze ich noch ein paar Holundersträucher, die habe ich ebenfalls zufälligerweise organisiert. Teilweise schenken die Leute das her auch viel haben. Es darf da halt nur nicht zu blöd sein, dass du es selber ausgrubst und holen fährst. Dafür kostet es nichts. Dadurch, dass das jetzt schon ein bisschen angewachsen ist hier drinnen, kriegt das ein bisschen eine Struktur und das ist nicht mehr so flach und das taugt mir. Das Schotteneck geht es heute. Das werden wir ein bisschen ausputzen. Das ganze Unkraut, außer Turren, die Fasseln nehmen wir mit aus. Die tue ich dann vorbereiten, anmalen, so wie ihr es im Video gesehen habt. Da hoffentlich bauen wir heute endlich einmal so eine Abdeckwand auf. Da können wir gleich den Kompost umlogern und schauen, ob schon eine Erden daraus geworden ist. Das ist der ganze Plan für heute. Ein Eck nur zum Turren eigentlich. Bei der Gelegenheit können wir gleich die abgestorbenen Äste, die die im Winter nicht überlebt haben, abschneiden. Die werden wir einfach gleich kappen mit der Säge. Hier ist auch noch einer. Beim Holunder gibt es auch Äste, die entweder abgebrochen sind oder wälkt sind. Die schneien einfach an, so dass das ganze wieder ein bisschen mehr Luft hat. Es kommt wieder mehr Licht rein und die Pflanzen können besser wachsen. Spannende Musik Spannende Musik Den Komposter habe ich jetzt das erste Mal ausgeladen, vor 3-4 Jahren haben wir ihn angesetzt, einfach verraten lassen. Mittlerweile bei einer Box kriege ich ca. 3-4 Scheibdrucken Gartenerden raus. Und da werde ich jetzt einmal weitermachen. Jetzt ist es soweit, jetzt kommen die Abdeckungen drauf für die Komposter. Ja, lang genug habe ich gebraucht. Im Prinzip eine einfache Konstruktion. Das große Kantholz kommt im Prinzip oben auf. Das wird hier an die Paletten geschraubt. Also da scheiß man nicht, weiß gar was machen wir drum. Jetzt wo die vordere Abdeckung drauf ist, können wir den Komposter wieder frisch auffüllen. Dann nehmen wir einfach den oberen Inhalt vom zweiten Komposter, dann das eine immer mischen. Grobes mit feinen und braunes Zeug mit grünen Zeug. Das vermischt sich gut, dann ist das ein bisschen luftig und mit der Zeit verrottet das alles. Und die ganzen Geschichten, die wir jetzt ausgesiebt haben, die wieder oben gefallen sind, die noch nicht verrottet sind, kommen da ganz normal auf den Haufen mit auf. Ob sich die zweite Box noch vom Gewitter ausgeht, ist jetzt fraglich. Guten Morgen. Heute Tag 2 von der ganzen Komposter-Geschichte. Gestern hat mich das Gewitter vertrieben. Das, was ich gestern noch sagen wollte, ist, der Komposter, der in der Sonne steht, ist drei Viertel mit Erde voll. Da war halt immer eine Großschicht an. Aber der ist natürlich immer angerengt worden und so feucht gewesen. Und die zweite Kompostbox, die im Schatten gestanden ist, war nur ein Drittel mit Erde voll. Das heißt, zu viel Schatten ist auch nicht sonderlich gut. Und vor allem, der steht direkt unter dem Holunderstrauch, wo wahrscheinlich weniger Regen zubekommt. Ich bin heute ein bisschen früher da. Ich habe schon Landschaftspflege betrieben. Ich habe schon die Kompostbox quasi ausgeschnitten. Das ganze Unkraut, außer da. In dem hinteren Bereich, unter dem Holunderstrauch, wäre ich Fahne einsetzen. Die habe ich mir quasi organisiert. Und da ist es normalerweise schattig, eher feucht und kühl mehr oder weniger. Und da sollten die anderen für sich gut gedeihen. Das ist ein bisschen so ein Waldrandklima. Und dann können wir schon zu den unfertigen Kompostboxen gehen, die hinten oben im Eck stehen. Wo die Sommerflieder gesetzt worden sind. Den werde ich einfach befüddeln mit dem großen Komposthaufen Material, das in der Mitte vom Grund liegt. Das werde ich ein bisschen umlagern. Dann ist da wieder mehr Platz. Schauen wir mal, wie sich der entwickelt hat. Der steht natürlich mitten in der Sun, mitten im Wetter. Schauen wir mal, ob es da schon Erden gibt. Ich weiß noch nicht, ob da gar kein Hornissennest drin ist. Muss ich noch schauen. Ich setze den Kompost jetzt quasi frisch auf. Verwende dafür das getrocknete Pampas-Groß. Das muss ich ein bisschen brechen, damit das nicht so groß ist. Und da leichter verrotten kann im Endeffekt. Das wird wieder mit frischem Gras-Schnitt vermengt. Dazwischen kommen noch ein paar Äste rein. Und so bleibt das Ganze schön locker. Und dann sollte es eigentlich wieder schöne Gartenärten ergeben. Also in zwei, drei Jahren. Auf kommt mir vor. Ich mag es mir komplizierter, als was wirklich ist. Das ist jetzt unser großer Wiesen-Komposter. Da haben wir einfach das Material hingelegt, abgelagert. Ein bisschen umzellend mit Weidengeflecht. Die haben wir ebenfalls schon vorhanden gehabt da am Grund. Das steht los einfach und das verrottet im Prinzip. Nach den ersten 20-30 cm in die Tiefe ist noch ein normales Material. Und dann fängt schon die Verrottung und Vererdung an. Ich werde jetzt einfach ein paar Scheibbrunnen von dem ganzen Zeug auf die anderen Kompostboxen verteideln. Als Starterkultur quasi. Und dann sollte es auch passen. Die werde ich dann vielleicht noch abdecken. Und dann haben wir schon wieder eine kommende Neugegarten werden. Und so ein frischer Kompost stinkt auch nicht. Der riecht entweder nach Walderde oder nach Erden. Wenn er so faulig riecht, ist er auf alle Fälle zu feucht. Aber der riecht, wir super gerade nicht. Da kommen jetzt noch 2-3 Scheibbrunnen rauf. Dann ist das ein Hügel quasi. Der wird mit Großschnitt abgedeckt. Der setzt sich noch 2-3 Wochen wahrscheinlich. Und dann kann das auch schon anfangen zum Verroten. Zwischenzeitlich habe ich noch schnell einen Test-Livestream probiert. Ich habe auch keine Ahnung, ob das funktioniert hat oder nicht. Ich habe eine Pause gebraucht, weil da ist es so schwul da herinnen. Im Prinzip kommen 3 Fahnen her. Die habe ich jeweils mit einem größeren Wurzelballen ausgestochen. Direkt von der Umgebung. Das dürfte eigentlich ziemlich die gleiche Erben gewesen sein, als wenn er jetzt reinkommt. Der hält mir den Boden ein bisschen feucht. Und sorgt dafür, dass das Unkraut hoffentlich nicht so stark rauskommt. Ob es funktioniert, kann ich jetzt noch nicht sagen. Auf alle Fälle werden wir es probieren. Steine gibt es auf alle Fälle am Mast da herinnen. Die Kompostärten haben wir noch eine da. Die zweiten werden wir hier her setzen. Den zweiten werden wir gleich noch eine. Die zwei haben wir eingebaut. Ich werde jetzt noch ein bisschen angießen, so dass das Schiff feucht ist. Und dann bleiben sie sich selber überlassen. Entweder sie werden, oder sie werden wieder austauscht. Ganz einfach. Es ist so brutal schwül jetzt momentan. Ich bin froh, dass ich ein bisschen in Schatten gehe. Ich werde es jetzt noch schnell wegräumen. Ich werde es noch schnell wegräumen. Und dann hoffentlich gehen sich die Boxen raus. Die Kompostpare Die Kompostpare Die Kompostpare Die Kompose gleiches Spiel wie vorher. Vorderseite auf die Zugeschrauben, befüllen und geht schon. Ich bin froh, dass das Zeug jetzt endlich erledigt ist. Und bezüglich dem Gewinnspiel ist es so, ich wollte es ja eigentlich per random comment picker machen. Zufallsgenerator quasi. Allerdings geht es nur per Video. Das heißt, das ist kein Thema mehr. Wir werden das auf Retro machen, so mit Lose und so weiter. Also alle Kommentare auf alle Videos seit Bestehen von unserem Kanal nehmen teil. Das wollte ich noch einmal gesagt haben. Also es ist komplett wurscht, was für Video, dass ihr kommentiert. Ihr seid im Prinzip dann dabei. Das heißt, je FTE ihr natürlich dann kommentiert, desto mehr Chancen habt ihr eigentlich. Also, wenn euch das gefaucht hat, gebt einen Daumen auf. Abonniert unseren Kanal, falls ihr nicht abonniert habt. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.